Motivierte und loyale Arbeitskräfte zu finden, ist normalerweise nicht besonders schwer. Doch dazu muss man es schaffen, gute Voraussetzungen für ein Familienleben zu bieten. Ihre Mitarbeiter haben einen großen Einfluss auf den Erfolg ihres Unternehmens. Je kleiner ihr Unternehmen ist, desto mehr kommt dieser Faktor durch jeden Einzelnen zum Tragen. Deshalb ist es wichtig, motivierte und loyale Mitarbeiter zu finden und auch zu halten. Dazu gibt es viele Möglichkeiten der Unterstützung, seitens des Staates zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit. Aber auch Personalvermittler, Personalservice- und Zeitarbeitsagenturen können Sie mit Ihrem Personal unterstützen. Wir haben Ihnen Adressen und Links zu diesem Thema zusammengestellt.